Hallo, mein Name ist Thomas Hofer und ich bin der Ombudsmann der Stadt Graz. Meine Aufgabe ist es euch beim Thema Sauberkeit in Graz zu unterstützen und dafür haben wir euch eine App für euer Smartphone zur Verfügung gestellt. Wenn ihr irgendwo Dinge im öffentlichen Raum seht, die verschmutzt oder kaputt sind, könnt ihr die mit der App fotografieren und direkt an uns schicken. Wir kümmern uns dann darum. So wie hier in der Ungergasse haben wir eine Sperrmüllablagerung. Der Hausbesitzer hat uns informiert. Klassischer Fall für die Show auf Graz App. Es kommt dann direkt zu mir. Ich schicke meine Jungs von der Soforteinkreftgruppe, die das dann erledigen. Servus Thomas. Servus. Ich brauche euch. Servus Thomas Thomas. Servus. Ich brauche euch. Servus Thomas. 17517. Servus. Servus Thomas. Vielen Dank.